Willkommen bei zur Vorschau. In diesem Video besprechen wir den die besten Fülle im Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen die besten Fülle im Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Votermen Expert Fülle. Mit dem Füllhalter von Votermen erhalten Sie einen eleganten Federhalter im Pariser Stil mit einer zigarrenförmigen, geschwungenen Silhouette. Dieser Füllfederhalter ist beliebt für Geschäftsbriefe und wird in Frankreich hergestellt und von Hand montiert. Die Goldverzierung und der Klepp aus 23 Karat Gold sehen sehr edel aus. Die mittelstarke Feder ist aus Edelstahl und 23 Karatigem Gold gefertigt. Das Votermen Logo ist in die Feder eingraviert. Der Votermen S0951660 Füllfederhalter ist schwarz lackiert und mit Goldelementen verziert. Umzug auf Nummer 4 haben wir die Lamy Safari Füllhalter 017. Der Füllhalter von Lamy ist mit einer hochwertigen, polierten Stahlfeder von mittlerer Stärke ausgestattet. Das Gehäuse ist aus Abs Kunststoff gefertigt. Im oberen Bereich des Gehäuses ist ein kleines Sichtfeld eingearbeitet, so dass man von außen sehen kann, wie viel Tinte sich noch in der Patrone befindet. Auf der Stiftkappe sitzt ein verkromter Stahlclip. Der Griff ist ergonomisch geformt, so dass der Füllfederhalter leicht zu bedienen ist. Sie erhalten den Lamy Safari 1.203.065 Fachhochschule 2017 im Füllfederhalter in schwarz. Auf Platz 3 haben wir die Pelican 804.967 Füller. Dieser Füllhalter von Pelican ist mit einer Softgrip Zone ausgestattet, so dass ihre Hand beim Schreiben entlastet wird. Durch die dreieckige Form des Etuis können sie den Füllfederhalter sowohl als rechts als auch als links Sender benutzen. Der Schaft wurde aus Kunststoff gefertigt. Mit einem Gewicht von 27,2 Gramm ist dieser Federhalter einer der leichtesten Füllfederhalter. Er hat die Masse 14,5 x 3,5 x 1,8 cm. Der Pelican Antwistlm 804.967 Füllhalter ist in verschiedenen Farbkombinationen erhältlich ab für Blau, Beere, Bronze, Schwarz, Spearmint, Dschungel oder Silber. Durch das trendige Desichen. Umzug auf Nummer 2 haben wir die Fp. Erudete Kollektion Gift. Mit diesem Füllfederhalter Set von Velsweiss & Black können sie sofort loslegen, denn es besteht aus der Grundausstattung, der sie zum Schreiben und Kalligrafieren benötigen. Das desichende Stiftes wirkt edel und luxuriös. Auf der M-Feder sind kunstvolle Ornamente eingraviert. Dieser Füllfederhalter gehört zur erudete Kollektion und wurde aus hochwertigen Metallen gefertigt. Er wiegt 222 Gramm und misst 18,3 x 7,4 x 4,3 cm. Das Velsweiss & Erudete Füllfederhalter Set besteht aus einem Füllfederhalter mit mittelstarker Feder, sechs Tintenpatronen, einem Tintenkonverter und einem Geschenk Edwi. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Lamy Safari Füllhalter 017. Dieser Füllfederhalter von Lamy ist mit markanten Griffmulden ausgestattet, so dass der Stift beim Schreiben angenehm in der Hand liegt. Das Gehäuse ist aus ABS Kunststoff gefertigt. Sie können diesen Füller mit einer Großraumpatrone befüllen oder ihn für den Konverter Z24 umrüsten. Der Safari Füllhalter hat eine F-Stahlfeder. Mit einem Gewicht von nur 9,07 Blähm halten Sie ein Leichtgewicht in der Hand. Die Abmissungen des Füllers sind 16 x 3 x 3 cm. Bei dem Lamy Safari FB 17 Füllhalter können Sie aus 8 Farben wählen. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.